Peace Leute, was geht ab? Ich fasse mich mal ganz kurz heute und zwar zieht grad Sturmtief Egon über die Lande quasi über Sanktasbrunner See und wir werden jetzt auf jeden Fall versuchen mal speedmäßig was zu reißen der aktuelle Rekord liegt bei 57 kmh glaube ich ist ja ja am Anfang so wir sind erst zwei Teilnehmer und so weiter auf jeden Fall sind heute richtig viel Speedfahrer hier wir werden was versuchen zu reißen die Bild-Zeitung ist auch am Start und berichtet und ja, aber vielleicht sehen wir uns später noch, wenn ich noch lebe wenn nicht dann werden diese Aufnahmen wahrscheinlich auch nicht veröffentlichen und dann alles auf jeden Fall rein die WMG der zu auf jeden Fall auf jeden Fall wird da So, wir machen ja was von Drahten. Sieht so gut? Die vierte hat das Bummel eingelegt, und die vierte hat das Bummel eingelegt. . b . . . . . . . . Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020